Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Analyse von Werder Bremen. Dort konzentriert man sich natürlich aktuell voll und ganz auf die Bundesliga-Saison. Es braucht natürlich weitere Erfolgserlebnisse, um gar nicht erst so richtig unten in den Abstiegskampf reinzurutschen. Und parallel sucht man ja auch noch einen Nachfolger für Frank Baumann. Den sollte man auf jeden Fall Zeit nach finden, denn am Ende der Saison laufen gleich neun Verträge aus. Es könnte somit einen kleineren Umhoch geben bei Werder Bremen und wir blicken heute mal darauf, welche Verträge enden und somit auch, welche Spieler Werder Bremen ablösefrei verlassen können. Legen wir los mit Anthony Jung, der trotz Neuzugang dem Mann auch weiterhin unter Ole Werner zumindest größtenteils gesetzt ist. Umso spannender wird hier natürlich damit auch die Zukunftsfrage. Anfang des Jahres hätte der 32-Jährige seinen Vertrag noch einmal verlängert bei Werder Bremen um ein Jahr. Er hätte ja auch gerne um zwei Jahre verlängert. Er wollte gerne Sicherheit haben, weil er sich eben auch in Bremen mit seiner Familie sehr wohl fühlt. Immerhin gibt es aber auch, und das ist vielleicht auch das Gute für ihn, eine Leistungsoption. Heißt, absolviert Jung eine bestimmte Anzahl an Spielen, dann verlängert sich sein Vertrag auch automatisch bis 2025. Sollte er somit auch weiterhin so viel spielen wie aktuell, dann ist das eben auch realistisch unabhängig. Der Klausel ist und bleibt er ja auch Stand jetzt ein wichtiger Spieler unter Werner. Und deswegen kann ich mir hier auch eine Vertragsverlängerung gut vorstellen. Einen auslaufenden Vertrag haben natürlich auch Leihspieler. Werder Bremen hat einen einzigen im Kader und das ist Raphael Boré. Der kam ja im Sommer auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt und soll natürlich dabei helfen, die Völkro-Glücke zu schließen. Schon damals hat man gewusst, Niklas Völkro kann man nicht 1 zu 1 ersetzen. Man wollte auch das ganze Geld, was man eingenommen hat, nicht direkt wieder reinvestieren. Deswegen fand ich die Laie eines erfahrenen Bundesliga-Stürmers wie Boré gar nicht mal so verkehrt. Aktuell steht der Kolumbianer ja bei zwei Saisontoren. Vertraglich gesehen geht es im Sommer dann ja zurück zur Eintracht Frankfurt, denn eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. Natürlich wollte man die gerne haben und hat auch mit Frankfurt ordentlich verhandelt. Am Ende war es aber relativ klar, es gibt keine Kaufoption und damit ist natürlich seine Zukunft nochmal komplett ungeklärt. Denn natürlich kann es sein, dass Werder Bremen auch unabhängig der fehlenden Kaufoptionen in Verhandlungen gehen wird mit der SGE und es probieren wird, Boré zu kaufen. Einfach wird das aber nicht. Denn Frankfurt wollte im letzten Sommer 7 Millionen Euro für Boré haben, also eben dann von anderen Vereinen. Da wurde auch durchaus verhandelt, aber es fand sich eben kein Käufer. Wie man aber hört, hat man am Main den Stürmer noch nicht komplett abgeschrieben und deswegen ist es sogar gar nicht mal ausgeschlossen, dass Boré vielleicht dorthin auch wieder zurückkehrt. Der Stürmer selber möchte zwar gerne bei Werder Bremen bleiben, er hat ja schon gesagt, ein Jahr ist eigentlich ein bisschen wenig, er möchte gerne etwas mit aufbauen. Und angesichts dieser fehlenden Kaufoptionen und des aufgerufenen Preises im letzten Transfersommer halte ich das aber für eher unwahrscheinlich. Also ich gehe schon davon aus, dass Raphael Boré Bremen wieder verlassen wird. Klar muss auch erstmal sportlich eine gute Saison her, um überhaupt Chancen bei solchen Spielern zu haben. Steigt Bremen ab, würde sich eh nochmal sehr viel ändern, davon gehe ich aber, stand jetzt zumindest mal nicht aus. Weil man aber natürlich auch finanziell sehr angeschlagen ist, wird es dann auch schwer werden, einen solchen Spieler wie Raphael Boré zu halten. Und andererseits muss man logischerweise auch erstmal abwarten, was er sportlich noch so zeigen wird. In der vergangenen Saison hat Nick Woltemade als Leihspieler bei der SV Elvers Bergherr komplett überzeugt. Hat dann auch bei Werder Bremen eine gute Sommervorbereitung gespielt und da war eben auch klar, ja, es macht auf jeden Fall Sinn, Woltemade als weitere Kaderoption für den Angriff zu haben. Achtmal hat er ja bislang gespielt in der Bundesliga, meistens kommt der 21-Jährige von der Bank und auf sein erstes Tor wartet er auch noch. Trotzdem sind in Bremen alle von seinem Potenzial, von der möglichen Entwicklung von Nick Woltemade überzeugt und das bin ich auch. Ich mag ihn sehr als Spielertypen mit seiner fast 2 Meter Körpergröße, aber eben auch mit seiner fußballerischen Klasse kann da auf jeden Fall schon wirklich was entstehen. Und deswegen möchte auch Bremen den auslaufenden Vertrag gerne verlängern. Woltemade nutzt eben auch seine Spielzeit, um sich zu zeigen, das hat ja auch Clemens Fritz schon betont. Man glaubt an das Potenzial und auch deswegen sollen zeitnah hier Gespräche geführt werden. Und wenn natürlich auch Woltemade selber Bock hat, sich in Bremen weiter durchzusetzen, dann steht an der Verlängerung wenig im Weg. Klar geht es vielleicht für ein Angebot von anderen Vereinen, vielleicht auch erstmal über einen angewünschten Zweitligisten, wo er vielleicht eine wichtige spielerische Rolle einnimmt wäre, das vielleicht nochmal etwas, worüber er nachdenken wird. Ansonsten sieht sicherlich auch Woltemade selber seine Zukunft weiterhin an der Weser. Relativ klar oder eigentlich extrem klar ist die Sachlage schon jetzt bei Nikolaj Rapp angesichts 2 Bundesligaspieler in der aktuellen Saison. Denn man sieht auch dadurch, Ole Werner setzt auch weiterhin nicht auf den flexiblen Defensivspieler. Das war ja sogar schon zu Zweitliga-Zeiten so, als Werner übernommen hat, war ja Rapp eigentlich zuvor ein wichtiger Bestandteil unter Markus Anfang. Und schon da hat er dann Werner nicht mehr auf Rapp gesetzt. In der abgelaufenen Rückrunde ging es dann zum 1. FC Kaiserslautern und nun spielt er auch weiterhin keine Rolle. Also alles andere als ein Abschied im Sommer würde wirklich extrem überraschen. Ich kann mir ansonsten noch ganz gut vorstellen, dass Rapp Bremen bereits im Winter verlässt, um eben auch woanders mehr spielen zu können. Ich denke mal, auch das wäre eine Lösung, wo auch Werner Bremen durchaus mit sich reden lassen würde. Schwierig zu beurteilen ist für mich auf jeden Fall dann die Personalie Christian Groß. 34 Jahre alt, immer wieder, finde ich zumindest mal mit fußballerischen Problemen. Trotzdem natürlich aber auch mit einiger Einsatzzeit. Ich denke mal, man kann auf jeden Fall sagen, dass Christian Groß als Typ wirklich wichtig für diese Mannschaft ist. Und für die Kaderbreite ist er natürlich auch nicht verkehrt. Trotzdem muss man eben auch beurteilen, wie der sportliche Mehrwert in Zukunft aussieht und was vielleicht auch dann Sinn machen könnte bezüglich eines neuen Vertrages. Deswegen würde ich hier auch auf jeden Fall nochmal abwarten, in welche Richtung sich das generell entwickelt. Wie stark sich vielleicht doch groß im Laufe der Bundesliga-Saison noch präsentiert, bevor ich dann hier den Vertrag noch einmal verlängern würde. Felix Agu, der ist ja endlich wieder fit und das ist logischerweise auch die Grundvoraussetzung für einen neuen Vertrag. Der 24er hat sich zurückgekämpft, stand seit dem sechsten Spieltag auch immer im Kader und hat ja auch gegen Union Berlin per Kurzeinsatz sein Comeback gefeiert. Jetzt geht es logischerweise auch deswegen erstmal darum, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln, um dann auch wieder so richtig unter Ole Werner angreifen zu können. Denn dass Agu viel drauf hat und natürlich auch Potenzial mitbringt, das weiß jeder und dass er vor allem auch mit seiner Offensivstärke in ein System mit Schienenspielern passt, das eben auch. Also Potenzial zur Steigerung bringt der Junge auf jeden Fall mit und ich denke schon, dass man hier verlängern will. Aber, und das ist auch klar, man wird auf beiden Seiten erstmal abwarten, in welche sportliche Richtung es nun geht. Kann sich Agu unter Werner durchsetzen? Gibt es für ihn eine gute Position? Denn auf rechts ist weiser, unangefochtener Stammspieler. Auf links hat man mit dem Mann nochmal nachgelegt und Jung spielt weiterhin sehr, sehr viel. Und natürlich auch aus Werders Sicht, bleibt jetzt eben auch Agu mal über einen längeren Zeitraum fit oder verletzt er sich wieder? Das sind viele Fragen und deswegen bleibt es auch hier erstmal noch spekulativ, wie es mit Agu weitergehen wird. Dudu stand ja in der Vorsaison, eigentlich schon vor einem Abschied von Werder Bremen, wurde dann aber zu Nummer 3 und nimmt diese Rolle auch voll an. Der 24-Jährige stand ja auch zuletzt zweimal im Kader durch die Verletzung von Giri Pavlenka. Ansonsten ist Dudu Stammkeeper bei der zweiten Mannschaft. Da somit eigentlich alle Parteien zufrieden sind und du auch solche Spieler einfach im Profi-Kader brauchst, kann ich mir hier tatsächlich auch eine Vertragsverlängerung gut vorstellen. Bleiben wir im Tor und reden über die Nummer 1, Giri Pavlenka. Eigentlich dachte man nämlich, sein Vertrag läuft bis 2025, nun weiß man aber, dass dieser doch schon im Sommer ausläuft. Bei Michael etc. gab es ähnliche Medieninfos, auch da läuft der Vertrag bis 2025. Manche meinten, er läuft auch nur bis zum Ende der Saison, kann ich schwer beurteilen, weil es jetzt tatsächlich stimmt, deswegen habe ich etc. hier erstmal rausgelassen. Ansonsten bei Pavlenka kann man natürlich darüber diskutieren, wie dort eine Zukunft in grün-weiß aussehen kann. Denn natürlich reden wir hier über die Nummer 1. Der Tscheche ist im Tor gesetzt und beide Seiten haben sicherlich grundsätzliches Interesse an einem neuen Vertrag. Ob es aber tatsächlich dazu kommt, ist aktuell schwer einzuschätzen und würde ich sogar mal in Frage stellen. Denn zum einen hört man eben nichts über irgendwelche konkrete Gespräche, die vielleicht geführt werden. Und zum anderen ist es vielleicht auch ein guter Zeitpunkt für beide Parteien nochmal was anderes zu machen. Pavlenka vielleicht mit einer neuen Herausforderung und Werder Bremen vielleicht mit der Chance, sich mittelfristig im Tor nochmal besser aufzustellen. Hier bleibt es jedenfalls spannend und deswegen will ich mich hier noch gar nicht festlegen, in welche Richtung es gehen kann. Spannend ist es natürlich auch bei Mitchell Weiser, bei dem im Sommer ja auch lange Zeit ein Abschied Thema war. Am Ende ist Weiser an der Weser geblieben, ist und bleibt ein extrem wichtiges Puzzleteil. Das zeigen ja auch schon wieder die drei Vorlagen in der Bundesliga. Also Weiser passt perfekt ins System. Er hat sich bei Werder Bremen wieder zu einem wirklich guten Bundesligaspieler entwickelt. Und weiß logischerweise auch, was er an Werder und Werner hat. Ablösefrei wird aber eben auch das Interesse von anderen Vereinen wecken. Deswegen möchte Bremen logischerweise hier auch zeitnah verlängern. Ende Juli gab es laut der Bild wohl auch bereits eine grundsätzliche Einigung. Man wollte sich dann auf beiden Seiten dabei erstmal auf das Transferfenster konzentrieren. Nun werden die Gespräche wieder intensiviert. Man möchte auf jeden Fall zu einem Abschluss kommen. Denn man weiß natürlich auch, dass ein solcher Spieler wie angerissen Ablösefrei logischerweise einen Markt hat. Das soll doch andere Vereine sicherlich anfragen werden. Ich glaube allerdings daran, dass es hier eine Vertragsverlängerung gibt. Denn das ist zumindest aus meiner Sicht für alle Seiten die beste Option. Blicken wir nun nochmal zum Abschluss auf die Übersicht. Verbleibt ja oder nein? Wer könnte bei Werder Bremen bleiben? Wer könnte möglicherweise gehen? Und ich habe das hier in die drei Kategorien eingeteilt. Verbleibt ja, fraglich und Abgang ja. Und das sieht eben dann folgendermaßen aus. Bei Jung, Woltemade, Dudu und auch Mitchell Weiser kann ich mir Vertragsverlängerungen sehr, sehr gut vorstellen. Es ist aber auch wirklich wichtig, dann schon früh zu wissen, wenn er Nachfolger von Frank Baumann wird. Denn zum einen, weil das logischerweise auch die Spieler wissen, dieser neue Mann, vielleicht Clemens Fritz, vielleicht aber auch ein Externer, hat wirklich viel zu tun, allein schon mit Vertragsverlängerungen. Und deswegen sollte man vor allem auch bei einem solchen Spieler wie Mitchell Weiser wirklich früh dran sein. Bei Groß und Agu wird sicherlich der weitere Saisonverlauf darüber entscheiden, wie es weitergeht. Pavlenka muss man halt mal gucken, was beide Seiten voneinander wollen. In Sachen Abschied bin ich mir sicher, dass Rapp gehen wird. Und auch Raphael Boré ist für mich deutlich wahrscheinlicher, dass er geht, anstatt dass er eben noch über den Sommer hinaus bleiben wird. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Mit welchem Spieler würdet ihr verlängern? Wo habe ich vielleicht falsch gelegen? Und auf welchen Verein sollen wir hier in dem Format auch nochmal drauf schauen? Schreibt all das mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.